guten morgen gute nacht wann auch immer du dieses video schaust ja es ist tatsächlich kein joke aber auch keine ahnung wie es dazu gekommen ist wobei doch so ein bisschen also auch für ein paar leute die es auf dem disco verfolgt haben bei gemein channel irgendwie hat mich meine community ein bisschen zum minecraft getrieben was ich tatsächlich immer gedacht habe interessiert mich überhaupt nicht aber minecraft mit mods ist tatsächlich sehr interessant und wer mit die letzten zwei monate on and off auf mod-servern gespielt auf unseren eigenen immer und dann dachte ich mir ja cool lass doch mal ein subserver machen ja das heißt jeder der ein twitch subscriber ist der darf auch auf dem server mitspielen hängt damit zusammen dass sich also der server nennt kostet natürlich auch was und dadurch dass das mit den twitch subs dann so wäre finanziert er sich gerade so von selbst und leute die ja den sap auf twitch nutzen egal ob jetzt prime oder ob es jetzt selber dazu kann völlig egal die kriegen halt auch noch mal was ja die leute die bock haben und sagen so ja geil hab sowieso immer gesagt und etc server zugang easy dafür müsstet ihr dann ja kommen jetzt gleich zu also erstmal was ist überhaupt hier sache ich wählen das mod pack age of engineering das ist quasi ein komplett technisches mod pack und das ist auch nicht so einfach das ist also nicht reingehen ja man let's go pille palle durch ich bin fertig durchgezockt so ist es tatsächlich nicht ihr habt hier verschiedene zeitalter und ihr fangen im stein zeitalter an geht dann zum industrie zeitalter etc ihr arbeitet euch hoch bis ins lustigerweise creative age und ja alles ist immer komplett beschrieben ja also ihr geht halt in eurem inventar oben links auf den guide und dann landet ihr bei diesem bildschirm dann geht auf age of engineering und dann kann man sich das durchgucken so herr stone age was muss ich denn jetzt hier machen um wegzukommen und jedes mal wenn ihr ein zeitalter aufsteigt erhaltet ihr eine belohnung und ihr habt zugang zu neuen ja bestimmten mods rezepte sind schwieriger geändert tatsächlich man braucht viel zeit deshalb startet der server am samstag zwischen 12 und 13 uhr der start wird auch auf twitch live gehen und ich werde auch versuchen so viele wie möglich videos zu machen und jedes mal wenn ich ein video hochlade solltet ihr mal auf twitch abchecken ob ich gerade live bin ich werde nämlich auf jeden fall versuchen jedes mal wenn ich ein video zu dem server hier hochlade dass ich in diesem moment auch live bin das heißt die leute können dann ganz gemütlich das video angucken und dann auf twitch gehen und wenn diese sich denken okay weißt du was ich habe bock noch mehr zu sehen jetzt gerade dann könnt ihr einfach live noch mehr sehen das ist der plan dahinter also jede menge live hoffentlich einige videos ich habe keinen plan ich habe noch nie in minecraft video gesehen lustigerweise ich habe echt überhaupt keine ahnung wie ich so was schneiden soll also da werde ich mir das einfallen lassen ich habe mir auf jeden fall replay mod heruntergeladen damit kann man glaube ich coole kamerafahrten machen dafür bin ich eh immer ein fan gewesen ich mein wozu habe ich sonst eine drohe in real life dafür ist das ding halt da und dafür ist die motto hier ja wie ich bin das age of engineering pack im kurs launcher warte mal jetzt ist hier gerade leider so bildschirmaufnahme zack kurs launcher ne kiss ford ist ja der kurs launcher age of engineering steht auch noch meine beschreibung drin das ist die version 1.12 davon die version 1.10.2 von minecraft und wenn wir auf den zugang zurückkommen zum server ja wie bekommt ihr zugang wenn ihr bereits twitch sub seid dann ist das eigentlich ganz einfach ihr müsstet nur noch euren discord account mit dem twitter kann von euch verlinken das ist eine eingebaute funktion wird ist schon seit mehreren jahren und wenn ihr auf meinem disco server seite der auf dem einfach mal ehrlich ist schon lange jeder von euch drauf dann bekommt ihr zugang zu einem channel der heißt mc server und da steht alles drin steht die ip das steht noch mal drin welches modpack bespielen da steht drin wie ihr zusätzlich eventuell mods installieren könnt wenn ihr was testen wollt et cetera und zwei mods müsstet ihr tatsächlich so noch hinzufügen das ist aber alles bereitgestellt in dem channel wir haben sogar die passende version und ob die fallen direkt mit reingestellt die ist natürlich freiwillig aber wer bock darauf hat die rein zu donnern er muss nicht suchen da muss einfach brain afg draufklicken und reinziehen in den ordner und fertig fertig ja also ne wisst ihr bescheid sub server sagen wir mal ganz kurz ein bisschen besprechen ja also guck mal die regeln fertig okay so easy sind die was macht jetzt die spinne hier egal ihr könnt auch mit freunden zusammenzocken oder halt auch mit leuten ihr hier auf dem server kennen lernt ich spinne jetzt echt auf den sack und ihr könnt halt gruppen bilden ja bitte ein maximales limit von drei einhalten ansonsten muss ich wenn ihr zu viert drin seid ich meine bis 13 ist echt nicht schwer aber wenn ihr zu viert drin seid der spinne zieh ich mal wenn ihr zu viert drin seid dann muss ich die gruppe komplett auflösen ja gruppen bildet ihr im teams tue jetzt habe ich natürlich schon ein team ich könnte jetzt auf exe team gehen aber das wäre dumm weil ich habe das gebiet hier geklärt damit keiner den spawn verunstaltet ihr könnt halt ja hier jetzt dann ein team gründen und dann könnt ihr zum beispiel auf leute draufklicken und sagen okay den will ich jetzt einladen mit dem will ich verbündet sein und mit dem möchte ich befeindet sein ja also das eigentlich sollte das wahrscheinlich ist ziemlich jedem klar sind das schon mal irgendwelche modversionen gespielt man ja das war es halt ne samstag zwischen 12 und 13 uhr geht's los abs können mitspielen ab sonntag das heißt ihr könnt euch das auch erstmal tag anschauen wieso jetzt auf einmal so early wir planen das ganze schon seit ein paar wochen allerdings muss ich sagen das startdatum gefällt mir sehr gut weil angelika märklin zieht natürlich die weihnachts beziehungsweise winterferien je nachdem wie es bei euch im bundesland heißt deutlich vor und wir haben uns gedacht ihr könnt drei zwei drei vier tage rein schnuppern auf jeden fall und gucken ob ich das irgendwie gefällt ob ich das modpack anspricht ob ihr bock habt mit dieser community zusammen zu zocken als top und wenn euch das ganze zusagt dann habt ihr je nachdem in welcher altersgruppe ihr euch befindet die ganzen ferien oder den ganzen urlaub richtig zeit durchzusuchen deshalb habe ich gedacht das ist doch der ideale zeitraum und wisst ihr wie sehr mich das triggert ich hätte am liebsten schon vor einem monat damit angefangen mit diesem modpack ich finde das so interessant so eine idee her aber wir haben erstmal alles ganz gemütlich vorbereitet und ich hoffe wirklich einige von euch ziehen sich das rein selbst wenn kein einziger mitspielt dann schaut wenigstens zu das wird eine ganz entspannte nummer das wird was witziges und es ist ein schwieriges anspruchsvolles pack ich habe genug gelabert sonst wird das video noch so lange ich hau mal lieber ab auch mal hier